so Durst gestillt erstmal Überblick verschaffen was ich überhaupt machen muss also hier kann ich schon mal langlaufen der ist hier interessant da kann ich nicht durch was wir hier machen können auch die Stufen fallen einfach ab wenn ich dagegen das ist sehr stabil also wo muss ich überhaupt hin ich gucke ob ich da rein kann ja kann ich ich muss aber auf das Ding hier oben drauf glaube ich da oben muss ich rein hat es nicht auch Spaß gemacht als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte bis bald und sie riefen und ich dann wieder wir haben doch nur so getan was erzählt ihr da für ein Quatsch ist da jemand so ich glaube ich glaube ich muss ich jetzt da rein drücken lassen ja Tatsache so jetzt bin ich hier das war nicht so clever jetzt muss ich das Orangene hier unten hinsetzen jetzt muss ich das Orangene hier unten hinsetzen ich sehe aber auch nicht wirklich ich sehe hier aber auch nicht wirklich ich sehe hier aber auch nicht wirklich wohin ich jetzt muss Mist 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 so das heißt ich muss zuerst das Orangene hier benutzen dann ja geschafft oh was muss ich hier machen hier soll ich denn hier durchkommen wohin muss ich überhaupt ich kriegte gar nicht durch vor lauter Röhren ich kriegte gar nicht durch vor lauter Röhren wo 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 muss ich hin wo 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 Ah, nein, ich berülferze gar nicht, Idiot. Ähm... Also das Blaue hier unten hin. So, geschafft. Hier unten rein soll ich also. Okay. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Das ist irgendwie komisch. Sie werden mich immer noch voll träumen. Irgendwann können wir darüber lachen und lachen und lachen. Tja, kommen Sie noch einfach zurück. Was denn jetzt? Jetzt muss ich hier irgendwie... Noch hoch kann ich nicht. Ja, scheiße. Was stimmt denn da? So ein Roboter oder was? Anders ist meine Kanone, die mir aus der Hand fällt. Okay. Der Pfeil zeigt nach oben. Irgendwann können wir darüber lachen und lachen und lachen. Oh, Mann, tja, kommen Sie noch einfach zurück. Ist einfach da drauf, ne, wahrscheinlich. Und dann mit dem blauen. Welches habe ich jetzt verschossen? Das ist mit dem blauen, also mit dem orangen. Ja, 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 geschafft. Lade Daten. So. Ähm. Ich guck erst mal was. Achso, zurück kann ich nicht mehr. Ne, dann geh ich halt gerade aus. Ich guck erst mal was. Oh. Ich habe es überlebt. Gut, geschafft. Und was jetzt? Muss ich doch irgendwie hier rauskommen. Hier oben wahrscheinlich, ne? Da ist auch ein roter Pfeil. Ah, da kann ich ein Portal hinsetzen. Okay. Sie sind kein guter Mensch. Das wissen Sie, oder? Gute Menschen landen nicht hier. Ah, die scheinen alle kaputt zu sein. Gute Menschen landen nicht hier. Deine psychischen Tricks sind echt einwandfrei. Ich würde jetzt sofort umkehren. Ich würde jetzt sofort umkehren, nur um es dir recht zu machen. Ähm. Ähm. Ich muss wahrscheinlich wieder da oben rauskontieren lassen. so, und jetzt mit dem blauen. Ne. Ne, 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 so bringt das nichts. Ich muss... Ach, da oben muss das Orangen hinsetzen. Oder ich setze es einfach hier hin. Und gehe um die Ecke. Okay. Ja, so geht's auch. Soll ich mal ein paar Roboter reparieren? Over here. Gut. Oh. Da scheint jemand die Lüge mit dem Kuchen wirklich sich sehr zu Herzen genommen zu haben. Ich hoffe, das löst bei mir nicht solche psychischen Probleme aus. Okay. Das war ja easy. Das ist Ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte Sie. Ich töte Sie und der ganze Kuchen ist weg. Das ist Ihnen ganz gleich. Stimmt's? Das ist die letzte Chance. Das ist die letzte Chance. Hä, warum explodiert die Rakete nicht? Dem muss ich doch wohl gegenseitig sein, kann ich das nicht selbst verstören? Aber jetzt kann ich das nicht selbst verstören, hoffentlich. Ne, und tschüss. Okay, irgendwie muss ich da rüber. Aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so wirklich wie ich das anstellen soll. Ach so klar, nehme ich einfach. Vielen Dank. So, ich weiß, dass ich hier letztes Mal ziemlich lang gehangen habe, weil ich keine Ahnung hatte wie ich da hochkommen soll. Ach so genau, ich konnte ja hier nicht durch, weil ich mich bücken musste. Ne, wie war das nochmal, wie habe ich das letztes Mal nochmal gemacht? Es war ziemlich scheiße. Ach genau, ich musste dieses Ding hier kaputt schießen lassen. Damit der Würfel rausfällt, damit ich da hoch springen kann. Genau. Hallo? Ach so. Ein orangenes Portal muss ich setzen. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ja. Ich habe es geschafft.